Was ist ein Tsunami? Tsunamis sind Flutwellen, die bis zu 800 km pro Stunde schnell werden. Treffen sie auf das Land, verursachen die meterhohen Wellen extreme Schäden. Der Name kommt ursprünglich aus dem japanischen und bedeutet so viel wie Hafenwelle. Die Tsunamis können durch Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Erdrutschen oder Meteoriteneinschläge entstehen. Ein Tsunami entsteht durch die Verdrängung der Wassermasse. Dadurch entsteht ein Druck, welcher intensiveren Wellen erzeugt. Man kann erkennen, dass bald ein Tsunami kommt, indem man auf die folgenden Anzeichen achtet. Zum Beispiel, schneller Anstieg oder Rückgang des Wassers ist eines der Anzeichen. Tiere haben auch einen exzellenten Vorhersagesinn. Das heißt, Tiere können Naturkatastrophen schon im Voraus spüren. Am häufigsten entstehen Tsunamis am nördlichen und westlichen Rand der Pazifischen Platte. Die westliche Küste von Südamerika, aber auch Länder wie zum Beispiel Indonesien oder auch Japan sind betroffen. Ein Tsunami hat eine durchschnittliche Größe von 10 Meter, ungefähr so groß wie ein Sprungturm. Im Extremfällen können aber auch Tsunamis 30 bis 50 Meter in die Höhe auftürmen. Ein 40 Meter hoher Tsunami ist so groß wie die Christenstatue in Rio de Janeiro in Brasilien. Der größte Tsunami wurde am 19. Juli 1958 dokumentiert. Der Tsunami hatte eine Höhe von 520 Meter. Fünfeinhalb Mal so groß wie der Big Ben in London. England Der 520 Meter große Tsunami wurde durch einen Erdrutsch der 90 Millionen Tonnen Gestein beeinhaltet. In Lithuania bei Bay Alaska ausgelöst. Genau, das war ein Einblick in die Welt der Naturkatastrophen zum Thema Tsunami. Das war ein Einblick in die Welt der Naturkatastrophen.